So, nächste Starterin, Inga Burmeister, die 16 mit Obst. Ja, ihr seid schon ein bisschen länger da, sind erst heute Morgen losgefahren. Habt ihr gegrillt? Ja. Das war ein bisschen lecker, oder? Ach nee, ach nee. Fehler. Ja, ach nein. Fehler. Tja, auf dem letzten Drücker musste es nochmal passieren, leider ein D für dieses Ziel.